Hallo und herzlich Willkommen. Dieses Video heißt Isochore Zustandsänderungen Du kennst bereits den ersten Hauptsatz der Thermodynamik. Nachher kennst du den Term für die Änderung der inneren Energie bei einer isochoren Zustandsänderung. Beispiele dafür und verschiedene Arten der Wärmekapazität. Der Film besteht aus 5 Abschnitten. 1. Isochore Zustände 2. Druck und Volumen 3. Übertragung auf den ersten Hauptsatz der Thermodynamik 4. Wovon hängt die Wärme ab? 5. Verschiedene Arten der Wärmekapazität 1. Isochore Zustände Isochore Zustände und ihre Veränderung Verfolgt man im Schnellkochtopf Genauso trifft man Isochore Zustände in Autoklaven In bestimmten Reaktionsgefäßen an Andere Beispiele für Isochore Zustände sind die Inhalte von Thermosflaschen oder Mineralwasserflaschen. Alle in diesen Beispielen ist gemeinsam, dass das Volumen des Systems konstant ist. Äquivalent dazu gesprochen, die Volumenänderung ist 0. Isochore Zustände sind durch ein konstantes Volumen gekennzeichnet. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com Probiere es am besten.